Erste Übung Aus dem autodidaktischen Lehrbuch von Linda Röttlisberger Setzen Sie sich auf einen bequemen Stuhl Lockern Sie alles, was Sie einengen könnte Legen Sie die Brille ab Stellen Sie beide Füsse parallel und flach auf den Boden Im Pharaonensitz legen Sie Ihre Hände auf Ihre Oberschenkel Und atmen zwei bis drei Mal tief ein und aus Sie werden jetzt ganz ruhig Ein angenehmes Gefühl der Schläfrigkeit und Wärme beginnt sich in Ihrem Körper auszubreiten Schliessen Sie jetzt die Augen und setzen Sie sich bequem hin Mit einem geraden Rücken und beiden Füssen auf dem Boden Sie werden ruhig und entspannt Alles um Sie herum verschwindet Für eine Weile können Sie sich immer mehr auf Ihr Inneres konzentrieren Auf sich selbst In sich hinein hören und hinein lauschen Ganz bewusst atmen Sie all Ihre Sorgen, Ängste und Zweifel aus Und somit alles, was Sie vom heutigen Tag und den letzten Wochen noch beschäftigt Sie spüren die Verbundenheit mit der Erde Ein angenehmes Gefühl von Friede, innerer Ruhe und Harmonie erfüllt sie Ihre Augenlider werden schwerer und schwerer Ihr Gesicht beginnt sich nun zu entspannen Ihre Kopfhaut vom Nacken bis zur Stirn So wie alle Muskeln um die Augen, die Nase und den Mund Alle Geräusche, die Sie von der Aussenwelt noch wahrnehmen können Interessieren Sie nicht mehr Ruhig und friedlich wird es in Ihnen Ihre Atmung entspannt sich Sie werden ganz ruhig Sie glauben einzuschlafen Ihr Geist aber wird wach, ganz wach und folgt aufmerksam meiner Stimme Den ganzen Oberkörper von den Hüften an aufwärts beginnen Sie loszulassen Ganz schwer sind Ihre Arme Und schwer ist auch Ihr Unterkörper Ihre Oberschenkel werden locker und schwerer Ihre Knie entspannen sich Und auch Ihre Unterschenkel Und Ihre Füsse Alles ist jetzt ruhig und entspannt Ganz ruhig und friedlich ist es in Ihnen Und um Sie herum Ein wunderschönes Gefühl von Harmonie und Frieden erwacht Auch Ihre Gedanken und Gefühle werden immer träger und langsamer Nur Ihr Geist ist hellwach und freut sich Sein ganzes schöpferisches Potenzial zur vollsten Entfaltung zu bringen Alle Blockaden atmen Sie aus Und alle Barrieren öffnen sich Nichts interessiert Sie Sie haben keine Erwartungen mehr Es wird immer ruhiger in Ihnen Tief atmen Sie die Schöpferkraft der Natur ein Sie regeneriert Ihren physischen und psychischen Körper Wie eine leere Batterie lassen Sie sich aufladen Sie geniessen den Frieden in sich und um sich herum In Ihrer Vorstellung sehen Sie jetzt einen dunkelblauen Vorhang Ganz ruhig ziehen Sie diesen von links nach rechts zu Alles, was Sie noch stören könnte Lassen Sie dahinter zurück Für Ihre Alltagsgedanken haben Sie später wieder Zeit Nichts interessiert Sie mehr Sie geniessen in vollen Zügen Wunschlos zufrieden Geniessen Sie jetzt Ihren Raum der Stille Sie meditieren Indem Sie in Ihrer Mitte sind Und aus ihr heraus einfach sind Sie verbinden sich nun in Ihrem erwachten Raum der Stille Ganz bewusst Jedes auf seine ganz besondere Art und Weise Mit der göttlichen Uhr oder Schöpferkraft Mit dem grossen, ewig brennenden Feuer des Lebens Sie beten dazu jetzt Ihr Gebet Oder machen in Ihrer erwachten Fantasie Ihr Ritual Dass Sie immer wieder an die Quelle Ihres ewigen Ursprungs erinnert An Gott Allah An das höchste Bewusstsein Oder wie immer Sie dieser Schöpferkraft sagen wollen Sie erinnern sich daran Dass jedes von uns ein kleiner, wichtiger Götterfunke ist Der, wie das Feuer des Lebens Auch Wärme und Licht spendet Wie im grossen, auch im kleinen Sie atmen zwei- bis dreimal tief durch Sie stellen sich reinstes spirituelles Licht vor So wie in Ihnen, auch um Sie herum Angenehm helles Licht, das Sie begleitet und führt Sie wissen sich geborgen und geschützt in diesem Und dadurch von der allumfassenden Liebe Sie glauben und vertrauen dieser ewigen Schöpferkraft Sie werden sich der tiefen, ewigen Verbundenheit mit Ihrem Schöpfer bewusst Achtsam erleben Sie sich mit dem höchsten Bewusstsein verbunden Und dadurch erleben Sie sich jetzt auch im eigenen Licht geschützt und geborgen Tief atmen Sie ein und aus Sie regenerieren und stärken sich Während Sie diese göttlichen, spirituellen Kräfte der Natur um sich herum In sich aufnehmen und sich von Ihnen aufladen lassen Erleben Sie, wie Ihre innere Sinneswelt langsam erwacht Sie erahnen und wissen plötzlich in Ihrem Raum der Stille Um die positive Kraft eines geistigen Helfers Oder einer geistigen Helferin von Ihnen Was immer Ihnen jetzt in den Sinn kommt, merken Sie sich Sie nehmen diesen Impuls Vielleicht die Vision eines liebevollen Schutzengels Oder sonst eines Lichtwesens Oder einfach das Gefühl der Präsenz seiner guten Kraft Dankbar an Sie glauben und trauen Ihrer Wahrnehmung Sie stellen sich vor, dass dieser Götterbote jetzt hierher gekommen ist Um Ihnen zu helfen Sie begrüssen ihn innerlich ganz herzlich Sie erzählen ihm, wie sie sich freuen, dass er jetzt hier bei Ihnen ist Und Sie auf Ihrer weiteren Reise begleiten möchte Sie glauben und vertrauen an sein Dasein Und kommen in Kontakt mit ihm Sie wissen sich herzlich willkommen unter seiner Obhut Gemeinsam mit Ihrem geistigen Helfer oder Ihrer geistigen Helferin Gehen Sie jetzt auf eine Reise Sie visualisieren und stellen sich vor Wie Sie symbolisch unter einem Wasserfall von funkelndem Licht stehen Sie nehmen in Ihrer Fantasie wahr Wie Ihr Körper, Ihre Seele und Ihr Geist Oder Ihre persönliche Ausstrahlung oder Aura Alle Ihre Bewusstseinsschichten Durch diesen speziellen Wasserfall Spirituelles Licht und Liebe aufnehmen Und dabei immer strahlender werden kann Tief atmen Sie das göttliche Licht ein und aus Sie werden sich gewahr Wie das geistige Licht durch Ihren Körper Durch Ihr ganzes Menschsein strömt Allein der Gedanke an das Licht wird alle Schwingungen und Zellen Ihres seelisch-geistigen und physischen Körpers regenerieren Verjüngen und Ihre Energien steigern Sie können das Licht jetzt sehr intensiv nutzen Indem Sie sich vorstellen Dass Sie eine Kugel oder ein Gockon aus Licht um sich herum bauen Der bis über Ihren Kopf und unter Ihre Füsse reicht Sie denken sich das spirituelle Licht als eine Energie Die so stark ist, dass Sie die Schwingung Ihrer gesamten Umgebung erhöhen können Ihr geistiger Helfer oder Ihre geistige Helferin Unterstützt Sie im Prozess Spirituelles Licht und Liebe Ein- und ausatmen zu können Sie erleben jetzt in treuer Begleitung Mit Ihrem geistigen Helfer oder Ihrer geistigen Helferin Immer deutlicher Ihre Mitte Ihren Mittelpunkt Und lassen sich ganz in diesen hineinfallen Mittelpunkt ist immer das Wesentliche Das, was auch Sie ausmacht Das Individuelle Der Sitz Ihrer Seele in Verbundenheit mit Ihrer inneren Weisheit Und Ihrem menschlichen Sein In Verbindung mit dem grossen, ewigen Geist So wie jedes Mandala eine Mitte hat Haben auch Sie Ihre Mitte Geniessen Sie das In-der-Mitte-Sein Und das aus dieser Mitte heraus wirken Und bewirken zu können Still nehmen Sie dankbar Ihre eigene Mitte wahr Wo nehmen Sie Ihre Mitte wahr? Beim Bauchnabel? Oder tiefer? Oder etwas höher? Lassen Sie dort, wo immer Sie Ihre Mitte jetzt wahrnehmen Ihr Feu Sacré Den ewigen Lebensquell Oder die Heimat Ihres menschlichen Seins Symbolisch in Form einer goldenen Kugel In Ihrer Fantasie entstehen So wie es in Ihrer Vorstellung am angenehmsten ist Diese mag sich langsam entwickeln Wichtig ist nur die goldene Kugel in Ihrer Mitte Symbol Ihres innersten Lichts Symbol Ihrer Verbundenheit mit der ewigen Schöpferkraft Sie glauben und vertrauen Ihrer Wahrnehmung Gleichzeitig stellen Sie sich jetzt vor Wie Sie aus Ihrer goldenen Kugel heraus Mit einer feinen, aber starken Goldschnur Dem sinnlichen Draht zur geistigen Welt Auch mit Ihrem höheren Selbst Oder der Heimat der Kraft Ihrer inneren Weisheit Und menschlichen Intelligenz Mit der göttlichen Liebe und dem göttlichen Licht Fest verbunden sind Eine zweite goldene Kugel Will sich jetzt vielleicht symbolisch bilden Wo und wie erleben Sie möglicherweise diese zweite goldene Kugel? Sie atmen sanft und gleichmässig Und beginnen jetzt damit Die erste goldene Kugel Verbunden durch die Kraft des sinnlichen Drahtes Zur geistigen Welt Mit der zweiten goldenen Kugel Und dadurch in tiefer Verbundenheit Mit der ewigen Schöpferkraft Leuchten zu lassen Immer deutlicher erleben Sie sich dadurch Im Einklang mit der Natur Hier in Ihrer innersten Heimat Heben sich Gegensätze auf Plus und Minus vereinigen sich Werden eins Ein starkes Symbol Ihrer innersten Heimat Erscheint Ihnen jetzt In Ihrer erwachten Fantasiewelt Und dadurch nehmen Sie jetzt automatisch Ein Symbol der ewigen Verbundenheit Zwischen Ihrem Sein Und dem, was Sie immer wieder neu werden wollen war Dank der tiefen Verbundenheit mit Ihrem grossen Schöpfer Der ewigen Lebenskraft Und Ihrer Welt in der Welt Was kommt Ihnen dazu in den Sinn Was fällt Ihnen ein Was fällt Ihnen zu Das merken Sie sich Lassen Sie Ihre innerste Heimat Und kraftvoll erstrahlen Sie erleben jetzt Wie Ihre innere Mitte Angenehm mit goldgelbem Licht Aufgefüllt wird Sie erleben sich jetzt erfüllt Von göttlicher Liebe und Licht Bewusst fühlen Sie Ihren ganzen seelisch-geistigen Oder psychischen Und Ihren physischen Körper Mit dieser spirituellen Kraft auf Die spirituelle Liebe und Ihr Licht erfüllt Sie Sogar über sich selber hinaus Das spirituelle Licht und die Liebe begleitet Führt und schützt Sie Ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit durchströmt Sie Achtsam erleben Sie jetzt Ihren Ort der Kraft Geniessen Sie Ihren Raum der Stille Verbunden und im harmonischen Einklang Auch mit Ihren Wesensanlagen Mit Ihrer ganzen Persönlichkeit und darüber hinaus Mit der spirituellen Schöpferkraft und der Schöpfung Sie lassen Ihre innerste Mitte in sich leuchten und strahlen So stark wie möglich Sie tanken so viel Energie Stärke und Kraft, wie Sie brauchen und wollen Sie lassen es im Urvertrauen der spirituellen Liebe und des Lichts einfach fliessen Sie lassen dies zu, beschützt und immer begleitet auch von Ihrem spirituellen Wegbegleiter Dem geistigen Helfer oder der geistigen Helferin Sie nehmen dabei wahr, wie sich dieses goldene Licht Die spirituelle Kraft der Liebe noch weiter ausbreitet und ausdehnt Das goldene Leuchten in und um Ihre Mitte herum wird immer intensiver Ein angenehmes, wohliges Gefühl breitet sich jetzt aus Und vermittelt Ihnen Freude, Wohlbefinden und Harmonie Dies wiederum vermittelt Ihnen Kreativität, Stärke und Frieden Sie realisieren, wie diese angenehme Entspannung und Ruhe Ihr Immunsystem stärkt Aus Ihrer Mitte heraus schöpfen Sie Kraft Die Kraft zum Leben, zum Tun oder Lassen Ihre Kreativität, geboren aus der Liebe und ihrem Licht, hat hier ihren Ursprung Hier in der Verbundenheit mit der spirituellen Liebe und ihrem Licht sowie Ihrer angeborenen menschlichen Intelligenz ist der Sitz des Urvertrauens Aus diesem Vertrauen heraus trauen Sie sich zu leben Daraus entsteht Ihr Selbstvertrauen Daraus bilden Sie Ihr Selbstwertgefühl Ihre Selbstsicherheit Ihre Achtung vor sich selber und dadurch vor den anderen Fühlen Sie jetzt diese starke Kraft Ihr ganzes Schöpferpotenzial Ihre menschliche Intelligenz, die sich ausdrücken will Sie freuen sich immer bewusster, ganzheitlicher Mitschöpfer oder Mitschöpferin aus Ihrer innersten Heimat heraus zu werden Sie freuen sich, Ihr Alltagsleben immer wieder neu zu gestalten Ihrem persönlichen Bewusstsein gemäss Alles, was während die Goldkugel in Ihnen leuchtet, passiert, merken Sie sich Sie prägen sich gut ein, was Sie jetzt über Ihre innerste Heimat symbolisch wahrnehmen Alle Vorstellungen, Einbildungen, Gedanken und Gefühle Ja, alle Symbole, einfach alles, was Ihnen in den Sinn gekommen Alles, was in Ihnen lebendig geworden ist, merken Sie sich Sie konzentrieren sich, sodass Sie nichts vergessen Sie bleiben wach und aufmerksam Sie bitten um Klärung bei Ihrem treuen geistigen Helfer oder der Helferin und freuen sich über den Kontakt bis Sie alles Wahrgenommene und die tiefe Botschaft von sich an sich verstehen bis Sie die Inspirationen die Eingebungen die nonverbale Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem geistigen Helfer oder geistigen Helferin verstehen bis Sie einen telepathischen Dialog führen und intuitiv verstehen können Sie glauben und vertrauen Ihrer Wahrnehmung und merken sich alles, was Ihnen jetzt intuitiv in den Sinn kommt von der Helferin Wenn Sie erfüllt mit neuen Eindrücken, Symbolen, Visionen, Eingebungen von Ihrem geistigen Helfer oder der geistigen Helferin wieder an Ihren Ausgangsort zurückgebracht werden, stellen Sie fest, dass sich die goldenen Kugeln sowie der sinnliche Draht zur geistigen Welt in Ihrer Mitte, Ihr Ort der Kraft sowie auch der Wasserfall am Ort der Stille in Ihrer Vorstellungswelt aufzulösen beginnen. Die Erinnerung aber bleibt und es fällt Ihnen leicht, sich auch bei Ihrem geistigen Wegbegleiter herzlich für die Zusammenarbeit zu danken und sich von ihm zu verabschieden. Zum Abschluss schenkt dieser Ihnen noch ein Healing, das heisst, er lässt die spirituelle Heilkraft der Liebe und des Lichts durch sich hindurch zu Ihnen weiterfliessen. Alle ihre feinstofflichen Körper, ihre Seele und ihr Geist, ihre Psyche werden nun noch einmal gereinigt und ihre Selbstheilungskräfte gestärkt und in spirituelle Kraft eingehüllt, geschützt und gleichsam imprägniert, so dass nur noch solche energetische Einflüsse und Ereignisse Sie beeinflussen können, die für Sie, für Ihre seelisch-geistige mediale Entwicklung richtig und wichtig sind. Zu Ihrer Überraschung hängt Ihnen Ihr geistiger Heiler oder die Heilerin, die geistige Helferin oder der Helfer jetzt zum Abschluss noch einen symbolischen Schutzmantel um. Sie beobachten auch mögliche Widerstände, sie merken sich Allfälliges, denn auch diese wollen mit der Zeit verstanden und erlöst werden, alles zu seiner Zeit. Sie lassen sich ausreichend Zeit, die symbolischen Türen zur inneren, esoterisch-geheimnisvollen Welt sorgfältig zu schliessen und den blauen Vorhang wieder aufzuziehen. Ihre innere Wahrnehmung, die medialen Sinne kommen zur Ruhe, eine angenehme Dunkelheit erwacht in Ihnen. In aller Ruhe erinnern Sie sich jetzt wieder an Ihren physischen Körper. Symbolisch öffnen Sie die Türen zur exoterischen, äusseren Welt. Ganz langsam lassen Sie dadurch auch Ihren physischen Körper wieder aufwachen. Sie werden sich all Ihrer Körperteile bewusst. Sie fühlen den Boden wieder unter Ihren Füssen, Ihre Hände auf dem Schoss. Sie atmen zwei- bis dreimal tief ein und aus, öffnen die Augen, strecken und recken sich und sind wieder fit und ausgeschlafen da in Ihrem seelisch-geistigen Fitnessraum auf Erden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020